Niemandem habe ich diese Geschichte bisher erzählt. Meinen Eltern nicht, meinen Geschwistern nicht. Sie hätten sie mir sowieso nicht geglaubt. Hey King, was geht ab? Weiß nicht, schlag was vor. Was meinst du, Witterling? Keine Ahnung. Wir können ja die Zwerge erscheinen. Cool. Runter von der Hängematte. Runter von der Schaukel. Runter von der Kletterstange. Diese gemeinen Kerle. Nur weil wir so klein sind. Das sag ich meinem großen Bruder. Der verkloppt die. Mein Bruder kann ja gar nicht. Der ist ja auf Klassenfahrt. Schade. Wer soll uns denn dann helfen? Hm, die Polizei? Quatsch, die kümmern sich nur um richtige Verbrecher. Oder vielleicht die fünf Freunde? Die gibt's doch gar nicht in Wirklichkeit. Dann kann uns nur einer helfen. Und wer? Darth Vader. Du bist doch ein Spinner. Ihr habt mich gerufen. Nimm dies, du Wurm. Du hast es nicht anders gewollt. Du hast es nicht anders gewollt. Das ist die einzige Sporte, die du verstehst. Ah! Ah! Das ist die Lüge. Da ist Wälder. Was hast du? Was ist los? Diese anstrengenden Taten haben meine Batterien entleert. Ich muss sie erst wieder aufladen. Aha. Drei Chinesen mit nem Kontra-Raus Satten auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei. Ja, was ist denn das? Drei Chinesen mit nem Kontra-Raus Der zappelt aber ganz schön rum, du. Wo bringen die ihn hin? Ins Versteck. Was machen die mit ihm? Weiß ich auch nicht. Wir verfolgen sie. Hier findet ihr niemand. Was machen wir denn jetzt? Ich hab eine Idee. Welche denn? Ich ruf meine Schwester an. Serafina. Darf ich auch mal lecken, Süße? Willst du lecken, würde ich erschrecken. Genau. Ah! 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 Die Macht ist wieder mit mir. Na, ihr Zwerge, habt ihr eure Blechbüchse wieder? Ene Miene Müsse, es rappelt in der Kiste. Ene Miene Mek und ihr seid weg. Und dann, mein Zwerge, wird der Kiste wieder auf, 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 auf.